Ich habe jemanden erschossen, aber so cool! Counter-Strike Source Und wir nehmen mal einen MP, eine... Wir haben kein Geld, das ist gut. Scheiß drauf. Wir haben nicht... Ach, wir sind hier Kaufzone. Wo müssen wir denn sein? Hier. Ah, hier muss man sein. Wir können uns gar nichts kaufen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist eigentlich scheiße. Extrem behindert. Wurde gelegt, das ist gut. Wir sind hier die bösen Mösen. Ah, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, gut. Der eine blaue, der ist da, da links, da links. Aber ich glaube, oben steht der. Ich will ihn von hinten überraschen. Boah, aber Momoha. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich glaube, der Weg ist jetzt nicht der beste gewesen. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich muss da durchgehen. Terroristen gewinnen. Hey, wir haben gewonnen. Yay. Da, hier war einer. Habe ich jetzt Geld bekommen? Ja, ich habe ein Geld bekommen. Jetzt können wir es kaufen. MPs. Okay, los geht's. Nehmen wir mal die UMP. Hey, warte nicht so schnell, bitte. Geht in Deckung. Ja, geht in Deckung. Das habe ich so vermisst. Loll. Loll, die haben eine Rauchgranate geworfen. Was heißt, wir sehen scheiß. Alter, wie könnt ihr mich treffen, Mann? Geht in Deckung. Das war, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll. Ne, war es halt wirklich nicht. Wow. Krass. Ein Schuss. Ich bin tot. Yeah. Also, irgendeine Errungenschaft will ich pro Part schon schaffen. Also, in den letzten beiden Parts war es ja, äh, oder irgendwas machen. Übrigens habe ich, ähm, übrigens habe ich das geschafft, ähm, im letzten Parts. Da habe ich dann eine Mission gemacht, die ich nicht geschafft habe, länger. Und die habe ich geschafft. Nach drei, vier Mal nochmal spielen habe ich es dann doch, äh, endlich geschafft. Deswegen, äh, wollte ich das auch mal sagen. Wir sind jetzt mal Anti-Terror. Und wollen... Ach, keine Ahnung. Nimm ich die einfach. Ich kenne mich da doch nicht so aus. Hm, nee. Haben wir ja kein Geld, oder? Ja. Farmers gibt's. Nee, was gibt's noch? Maschinengewehre. Ist alle so teuer. So wie nur meine Pistole-Mistole. Äh. Die kommen da bestimmt gleich alle mir entgegen. Bombe wurde gelegt. Hallo, da kommt einer von mir. Nein. Da läuft einer von mir. Bombe wurde gelegt bei B oder bei A. Ich würde sagen, ich gehe mal zu A. Oh. Das war einer von mir. A ist da. Na, 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 na. Da ist A. La, 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 la. Ich scham dir mal hinterher, mein Freund. Ui. Nee, okay. Es war doch nicht so sinnvoll. Entschärft die Bombe. Ich schaue, ob jemand kommt. What the fuck? Genau jetzt, wo wir die Bombe entschärfen wollen, explodiert sie. Natürlich. So soll's sein. Haben wir jetzt Geld bekommen? Einfach fürs Spiel wahrscheinlich. Okay, los geht's. Hm, Ausrüstung. Brauchen wir das eigentlich, den Schärfungskid? Ich weiß es nicht. Das können wir uns leisten. So eine italienische Shotgun oder was das ist. Sieht gut aus. Äh. Scheiße. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Woher denn? Alter, scheiße. Okay, dann mal los. Okay, dann mal los. Das ist überhaupt nicht fair, wenn ich das so sagen kann. Aber, hm. Die sind auch viel mehr als wir. Das ist nicht fair. Okay, jetzt gönne ich mir nochmal, ähm, ein Schrotgewehr. Das hier. Jetzt lauf mir nicht davon, Leute. Fuck, ich seh' an. Aber wer ist... Alter, diese scheiß Blendgranaten. Was ist denn das? Wie viel haben sie von dem scheiß Zeug? Nach 16 Minuten wird die Map gewechselt. Okay. Aber die mit ihren scheiß Blendgranaten. Ach, die kann man sich kaufen. Ja gut, ich bin auch dumm. Nehme ich die mal. Ja, okay. Wo seid ihr alle? Ich fühle mich so alleine. Sollte mir trotzdem mal meine Waffe in die Hand nehmen. Scheiße. Wie kann die denn durch die Wand schießen? Ich hab leider keiner schossen. Ich hab jemanden erschossen. Aber so cool. Oh, ne, Kacke. Okay, ich bin durch die Granate bin ich hochgeflogen. Aber ich bin so cool hochgeflogen. Äh, so geil hab ich den getötet. Die Waffe mag ich. Nochmal, ähm, was war das für eins? Gewehre, Schmidt, Scouts. Das ist cool. Das mach ich. Ich komm mit euch. Haupt hinter uns jemand? Nein, alles, sicher. Okay, da ist was. Und ich werd wieder blind durch die Scheiße, Alter. Bombe wurde gelegt. Bei A oder bei B? Ich lauf mal zu A. Oh, fast hätte ich ihn. Fast hätte ich ihn gehabt. Fast. Aber ich dachte, er ist zu zweiter, deswegen. Die Blendgranaten regen mich extrem auf, muss ich sagen. Okay, dann mal los. Äh, eine. Was ist das? Nicht mehr so eine. Und mal eine MP. Aus Belgien. Müssen sich die Kinder in Acht nehmen. Nein, Spaß. Alter, es macht mich so fertig, Alter. Schaut euch das bitte nicht mehr an. Oh mein Gott. Wenn ihr irgendwo im Bett seid und es hell sein sollte. Äh, dunkel sein sollte. Terroristen gewinnen. Terroristen gewinnen, das würde ich sagen. War's von dem Part. Tschüss, auf Wiedersehen, neuer Ziggafrik. Ciao. Der letzte Tod für heute. Ja, wir hätten's fast geschafft. Dann hast du nichts verstanden. Und deshalb hilft nochmal die Stück.